Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von Coffiness.de und wie ihr schon seht, habe ich hier ganz, ganz, ganz viele kleine Siebträger vor mir stehen und von all diesen Siebträgern haben wir schon Einzeltest-Videos gemacht und ich wollte jetzt einmal eine kleine Zusammenfassung geben, was welcher dieser kleinen Siebträger kann und ob der empfehlenswert ist und welches Gerät vielleicht für wen das Richtige ist, also bleibt dran beim Video. Wir haben uns in einem ersten Schritt jetzt erstmal mit den ganz, ganz kleinen Siebträgern beschäftigt, diese schmalen Dinger hier. Dieser von Solis ist fast schon so ein bisschen zu groß für die Kategorie. Wir machen dann auch bald mit etwas größeren Maschinen weiter. Wenn ihr das mitbekommen wollt oder auch noch mehrere Vergleichsvideos von diesen Siebträgern haben möchtet, dann abonniert am besten den Kanal. Ich freue mich auch immer über Likes und Kommentare und wenn ihr unten rechts unter dem Video diese Glocke markiert, dann kriegt ihr auch immer gleich Benachrichtigungen darüber, wenn es ein neues Video gibt. Das ist auch immer super. Ich freue mich auf jeden Fall da immer was von euch zu hören und sowieso über mehr Abonnenten. Unser Ziel war es jetzt ja mal, sich die günstigsten und kleinsten Espressomaschinen anzugucken und sich dann langsam hochzutasten und das habe ich auch gemacht. Ich habe die hier mal nach den Verkaufspreisen aufgebaut, angefangen bei dem günstigsten Gerät, das ungefähr, oh ne, die habe ich vertauscht. Also hier sind wir bei 150, 140 Euro und hier kommen wir dann nachher bei 500 Euro an und dann geht es danach ja auch schon mit den größeren Siebträgern weiter. Dazu werden wir auch noch was machen. Wir gehen jetzt einfach mal der Reihenfolge durch. Unter diesem Video könnt ihr auch das aufklappen und da ist dann eine Beschreibung. Und da werde ich euch nochmal von jedem dieser Siebträger einen Link machen zu den Videos, weil es gibt von jedem Einzeltestvideo. Es gibt auch von vielen Artikeln. Im Coffinus.de-Blog werde ich euch auch verlinken. Und ich weiß, bei Siebträgern und anderen Geräten wollt ihr immer, dass ich die unbedingt auch live ausprobiere. Um ehrlich zu sein, kriege ich das jetzt bei sechs Siebträgern auf einmal einfach nicht hin, weil ich muss die Mühle immer anders einstellen und das überfordert mich logistisch total. Das heißt, da verweise ich auf die Einzeltestberichte, das müsst ihr euch dann nochmal ganz genau angucken. Werde ich euch aber alles verlinken. Und hier will ich euch erstmal nochmal einen schönen Überblick geben. Wir fangen hier mal auf der linken Seite an. Zu dem Teil habe ich ja gesagt, der heißt irgendwie DeLonghi ECOFF oder so. Ist auch so ein komisches Kürzel. Den gibt es auch noch in anderen Farben, in drei, vier unterschiedlichen Farben. Und die sind auch unterschiedlich teuer. Ich glaube, das ist ein so 10 Euro Preisunterschied. Ist aber eigentlich auch egal, weil, und das habe ich in dem Einzeltestvideo auch gesagt, das Gerät kann ich echt nicht empfehlen. Ich hatte da Schwierigkeiten mit der Temperatur. Der Siebträger hier ist der hässlichste Knochen, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe damit keine guten Ergebnisse erzielen können. Habe da auch nicht so viel Spaß daran gehabt, den zu benutzen. Diese ganzen Plastik-Animatur, wie heißt das, Knöpfe und Hebel und Schalter hier, die sind alle ziemlich hässlich. Das Teil sieht echt auf Fotos und Videos besser aus, als im echten Leben. Das heißt, lasst einfach die Finger davon, weil in der gleichen Preisklasse, sogar vom gleichen Hersteller, gibt es ein deutlich besseres Gerät. Und da sind wir hier auch schon bei dem nächsten angelangt. Das ist der DeLonghi EC685, oder Delica heißt der auch. Da haben wir auch ein Einzeltestvideo, das ich euch verlinke. Und das hat mir gut gefallen, weil hier kann man die Temperatur auch ein bisschen besser einstellen, in drei verschiedenen Stufen. Da würde ich euch dann empfehlen, die heißeste Stufe zu nehmen. Und es sind leider nur so Doppelflor-Siebe dabei. Das gilt hier für beide Geräte. Aber ihr könnt das Sieb auch austauschen. Dazu werde ich nochmal ein Video machen, wie das geht. Das ist nämlich nicht ganz so einfach, wenn ihr dann Ersatzsieb bestellt und vor allem das Zweiersieb dann einbauen wollt, das mit keinem doppelten Boden. Dann müsst ihr hier nämlich noch ein bisschen Kunststoff ausbauen aus dem Siebträger. Ich gucke mal, ob ich das Sieb hier rauskriege. Ihr seht hier drin, nämlich ist das ein bisschen hoch, weil da Kunststoff drin ist. Das kann man aber hier in dieser Schraube auch dann aufdrehen. Und ich muss sagen, der Siebträger ist leider ein bisschen hässlich bei dem Gerät. Der ist nicht so schön, weil der irgendwie so ein bisschen balki aussieht, weil der so dick ist. Aber nichtsdestotrotz von den Einstellungsmöglichkeiten und von der Funktionalität und für 140 Euro ist das meiner Meinung nach sozusagen der Preis-Leistungssieger in diesem Test. Weil ein günstigeres Gerät, das ihr gebrauchen könnt, bekommt ihr nicht. Und damit könnt ihr schon ein bisschen was machen. Und das ist auf jeden Fall das Gerät, was ich jedem empfehlen würde, der mal so einen Siebträger einsteigt, der noch überhaupt nicht weiß, ob das was für ihn ist und erstmal so ein bisschen experimentieren würde. Was sich dann wahrscheinlich lohnt, ist einfach nochmal eine neue Siebe dafür zu kaufen, weil diese Doppelflor-Siebe so ein bisschen limitiert sind. Kommen wir auch schon zum nächsten Gerät. Das ist von GastroBug, die Piccolo. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe hier einfach die rote, mit der habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Ich fand das Milchaufschäumen jetzt ein bisschen schwieriger als bei den anderen Geräten. Das hat eigentlich bei allen anderen Geräten ganz gut geklappt. Bei der fand ich das jetzt so ein bisschen schwierig. Vielleicht habe ich mich da aber auch noch nicht richtig reingefuchst. Ihr habt hier einen Siebträger, der ist nicht super schwer, aber total gut ausbalanciert. Also der liegt echt gut in der Hand. Ihr habt aber mitgeliefert auch nur Doppelflor-Siebe. Aber ich habe das Sieb ausgetauscht. Ich habe das 1er oder 2er Sieb kann man austauschen. Ich hatte hier nämlich noch andere Siebe rumliegen. Welche das sind, verlinke ich euch auch nochmal. Und die konnte man hier ohne einen Umbau einfach einsetzen. Und dann wurden die Bezugsergebnisse auch schon viel besser. Das Gerät kostet jetzt 200 Euro. Und der einzige Vorteil, den das hat, gegenüber der DeLonghi, die ich euch vorher gezeigt habe, ist eigentlich vielleicht, dass es den in einer krasseren Farbe gibt. So, das Rot ist ja schon ganz cool. Ansonsten vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist der DeLonghi auf jeden Fall besser. Ein anderer Vorteil noch, dass wenn man die mal so direkt nebeneinander hält, die Siebträger, dass doch der Siebträger ein bisschen besser aussieht bei der von GastroBark. Aber insgesamt würde ich persönlich trotzdem zum DeLonghi-Gerät tendieren, einfach weil das ein bisschen günstiger ist. Aber wenn ihr sagt, hey, 60 Euro sind mir egal, ich finde, der sieht besser aus, dann könnt ihr auch gerne den nehmen. Und wir wandern jetzt einfach einmal ein Stück weiter. Und jetzt gehen wir sozusagen zur teuren Hälfte auf dem Tisch. Wir haben hier jetzt die etwas aufwendigeren Geräte. Und das hier ist Sage Bambino Plus. Und der kostet dann auch schon 315 Euro ungefähr. Ich glaube, unverbindliche Preisempfehlungen sind sogar 500 Euro. Ihr habt dafür aber auch einen anständigen Siebträger. Ihr habt sogar einen Tamba dabei, der nicht nur so ein Kunststoffknochen ist, sondern der ganz gut in der Hand liegt. Ist jetzt aber auch irgendwie kein Meisterstück. Das ist ein bisschen kurz, da würde man sich auch einen etwas längeren Griff wünschen. Aber immerhin nicht so ein Teil, dass man eigentlich gleich wieder in den Müll schmeißt, wenn man es in der Hand hat. Ich finde das Gerät vom Design echt gelungen. Das könnt ihr euch im Einzeltest auch nochmal angucken. Die Milchschaumfunktion ist halt auch echt cool. Hier müsst ihr den Pitcher halt nicht in der Hand halten. Also wenn man Barista spielen will, ist das eigentlich kein gutes Gerät, weil er schon relativ viel automatisch kann. Wenn man jetzt sagt, man hat überhaupt gar keinen Bock Barista zu sein, sondern man will einfach nur einen Siebträger, mit dem man einfach arbeiten kann, ist das ein super Gerät. So eine 300 Euro Preisklasse ist dann natürlich auch schon ein bisschen heftiger. Was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, was ich fand, was der größte Nachteil an dem Gerät war, war, dass die Höhe vom Auslauf bis runter zu den Tassen ist echt ziemlich groß. Das heißt, der Espresso fällt da recht weit runter. Da kann man sich vielleicht noch so einen kleinen Ständer drunter bauen oder so, damit der Weg nicht ganz so weit ist. Weil je länger der Weg ist, desto mehr spritzt es natürlich auch immer. Ansonsten super Gerät, hat echt Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Bei meinem waren jetzt, glaube ich, auch nur Doppelflorsiebe drin. Man kann auf der Sage-Seite aber auch sich andere Siebe nachkaufen, wenn die nicht gerade ausverkauft sind. Ich habe aber in Kommentaren gelesen, dass einige meinten, dass bei ihrem Siebträger auch normale Siebe dabei waren und Doppelflorsiebe. Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile geändert haben. Ich habe den schon von der ganzen Zeit gekauft. Das kann sein, dass das geändert wurde. Da bin ich mir nicht sicher. Wir gehen jetzt noch mal ein Stück weiter. Und das ist jetzt eigentlich fast so ein bisschen geschummelt, weil das Gerät hier ist jetzt ja so ein bisschen breiter und hätte jetzt vielleicht dann eher so in die mittelgroße Siebträger-Kategorie gepasst. Aber der hat mir einfach ganz gut gefallen. Ich hatte den gerade da, deswegen habe ich den jetzt hier mal mit dazu gestellt. Und der kostet so, ich glaube, jetzt gerade ist er, bei Amazon-Angebot habe ich gesehen, für 360 Euro. Normalerweise hat er 400 gekostet. Ich glaube, ich habe auch 399 dafür bezahlt. Solis Gran Gusto heißt der. Und hier hat man dann doch schon irgendwie so ein bisschen mehr so richtige Siebträger-Gefühle, weil der Siebträger, der ist auf jeden Fall schon so ein bisschen schwerer und liegt halt wie so ein richtig großer Siebträger an der Hand. Und hier habt ihr bei der Lieferung auch gleich schon richtige Sieber auch dabei. Das ist natürlich auch ganz cool. Und das ist eigentlich schon ein Gerät, das zwar auch sehr schnell aufheizt, wie alle anderen. Also die sind echt alle super schnell betriebsbereit. Aber ihr habt so richtig das große Siebträger-Gefühl schon. Und es ist auch echt ein richtiger solider Tamper dabei, mit dem man zum Not auch mal einem Einbrecher über den Kopf tampern kann, wenn man möchte. Der ist richtig schwer. Und mit dem Gerät hat mir das echt Spaß gemacht zu testen, zu experimentieren. Ich finde, so um die 400 Euro ist auch ein echt guter Preis für einen Siebträger dieser Art. Das ist dann sozusagen der erste Siebträger, der als richtig großer, ordentlicher Siebträger durchgeht und nicht in diese kleinere Kategorie fällt. Und noch teurer ist dann der Solis Barista Perfetta Plus, heißt der. Und hier habt ihr dann noch so ein paar andere Spielereien eingebaut. Also erstmal muss man nochmal sagen, dass der echt für so einen kleinen Siebträger super auf dem Tisch steht. Da wackelt gar nichts. Wenn ihr die günstigsten habt, bei denen, die sind dann so ein bisschen klapperiger auf dem Tisch, wenn man sich das anguckt. Ja, jetzt wo ich das gerade nochmal probiere, gerade bei der Gastro-Bug. Hier habt ihr wirklich ein Gerät, das richtig gut auf dem Tisch steht. Ihr habt auch einen Siebträger, der super in der Hand liegt und schön schwer ist. Ihr habt da auch richtige Siebe dabei. Dann habt ihr noch einen Manometer hier vorne, das den Druck anzeigt. Das ist auch ganz spannend, auch eine schöne Spielerei. Wie viel man das dann wirklich benutzt und wie viel man raufguckt beim späteren Benutzen, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Spielerei. Ihr habt auch sehr, ihr habt so ein Pit, das heißt ihr habt sehr gute Kontrolle über die Temperatur. Und das ist halt echt ein cooler Siebträger. Aber der kostet halt 500 Euro. Und wenn man 500 Euro ausgibt, muss man sich eigentlich schon überlegen, will man nicht lieber dann doch ein größeres Gerät haben. Also ich finde, das ist ein schöner Siebträger, das macht Spaß damit zu arbeiten. 500 Euro ist natürlich schon eine Ansage und das ist wahrscheinlich genau für alle das richtige Gerät, die sagen, okay, wir haben ein gutes Budget, aber wir haben wenig Platz. Also wer eine kleine Küche hat, aber ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, der kann sich diesen Siebträger holen, noch eine gute Mühle dazu investieren. Ihr kriegt dann auch, das scheint sich so langsam so ein bisschen durchzusetzen, einen richtigen Tamper dazu. Weil früher waren wirklich bei allen Geräten immer nur so eine Plastikteile dabei. Und dann habt ihr das Gerät. Also ich fasse das nochmal zusammen. Der Solis Barista Perfetta Plus, heißt er ja, ist ein gutes Gerät für alle, die ein gutes Budget, aber eine kleine Küche haben. Ich persönlich finde hier den Gran Gusto auch ziemlich cool. Kann den eigentlich jedem empfehlen, bei dem in die Küche passt. Jeder, der vielleicht so einen kleinen richtigen Siebträger haben möchte. Hier, die Sage ist super, wenn man sagen möchte, man möchte möglichst wenig Arbeit selber haben. Milch aufschäumen will ich auch gar nicht lernen. So diese ganze Barista-Sache interessiert mich nicht. Das geht ja auch alles wie von alleine. Und die vielleicht so ein bisschen sagen, naja, ich habe eigentlich noch einen Vollautomaten, aber will man einen Siebträger ausprobieren, das wäre dann so der nächste Schritt. Und das liegt dazwischen, so 350 Euro ist dann auch im Preisbereich, so genau in der Mitte. Und von diesen drei Geräten würde ich euch eigentlich tatsächlich nur die DeLonghi empfehlen. Die Delica und die hat zwar einen etwas hässlichen Siebträger, ist ansonsten aber wirklich ein schönes und solides Gerät, bei dem man die Temperatur auch sehr gut einstellen kann. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt jetzt so einen kleinen Überblick über die kleinen Siebträger bekommen. Und wir werden auf jeden Fall noch weitere Vergleichsvideos zwischen den Geräten machen. Die Einzelvideos findet ihr auch schon im Kanal. Es wird dann auch noch Videos geben mit größeren Siebträgern, wo wir dann auch wieder so ein paar Quervergleiche machen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das hilfreich war, freue ich mich natürlich auch immer über Kommentare, Likes und Abonnements hier im Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.